Ja, hallo Guys, hallo Leute. Das Thema heute, die bevorstehende Korrektur, was tun, wie heftig wird sie sein, etc. Ist ja nichts Neues. Ich habe ja schon in Videos vor Wochen und Monaten gesagt, schon Ende letzten Jahres, dass natürlich keine Rallye, kein Hype ohne Korrektur ausbleibt, ist ja auch kein Geheimnis. Nur wenn sie denn dann kommt, ist es noch mal immer was anderes, als wenn man die ganze Zeit nur mal davon redet. Also zum Beispiel bei, wenn Blut in den Straßen fließt, kaufen und so weiter. Und wenn dann das Blut tatsächlich in den Straßen fließt, dann reagieren die meisten eben doch ganz anders. Das ist immer der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber was mir halt extremst auffällt in der aktuellen Berichte-Landschaft halt auch, ja, also YouTube, da gibt es halt Kanäle, die sind halt sehr sachlich. Und dann gibt es halt Kanäle, da versucht man sich halt gegenseitig zu übertreffen mit irgendwelchen, es geht schon beim Thumbnail los, ja. Also irgendwelche Überschriften, Hauptsache es wird möglichst viel geklickt. Und dann schaut man eben hinter das Business-Modell dieses Aktienkanals oder YouTube-Kanals und dann sieht man eben, okay, der lebt hauptsächlich von seinen Klicks. Ja, der ist darauf angewiesen, dass er mit seinen 100.000 Abonnenten oder 70.000 oder 170.000 halt möglichst seine 2.000, 3.000 Dollar an irgendwie Werbeeinnahmen und so weiter. Ja, und deswegen hier möglichst, wow, jetzt die Korrektur, wow, jetzt das Thema, wow, jetzt das Thema. Also emotionalisiert, werden hier teilweise heftigst emotionalisiert, werden hier halt eben sozusagen kleine Mikroereignisse und alles Mögliche. Und das ist letztendlich auf der einen Seite, ich habe ja selber eine Marketingagentur, allerdings spezialisiert auf IT-Firmen, also eine ziemliche Spezialsache. Also ich mache also nicht irgendwelches Marketing, sondern einfach sehr, sehr hoch spezialisiert, hochgradig. Und es gibt natürlich auch Marketing für, sagen wir mal, für diese ganze Finanzbranche und ich habe da ja auch größtes Verständnis dafür. Nur für die Anleger ist es halt wichtig, dass sie ruhiges Blut halt bewahren, ja, dass sie sich nicht immer zu emotional mitreißen lassen. Auf der einen Seite sind da teilweise, also ich rede hier immer nur von einem Teilausschnitt von Kanälen, ja, manche nicht, manche schon, manche mehr, manche weniger. Aber ich werde gleich noch ein paar nennen, die ich sehr gerne anschaue und die ich auch ruhigen Gewissens weiterempfehlen kann. Eine davon ist zum Beispiel der Börsenpunk, der leider halt nur immer so alle ein bis zwei Wochen eine Show hat, aber die Show hat es halt dann auch. Ja, ich meine zum Beispiel der Börsenpunk und die kennen mich nicht, ja, ich beurteile es nur. Ich habe den einfach vor ein paar Jahren im Internet gefunden und ich glaube, ziemlich von der ersten Folge an. Und ich schaue mir auch nicht, ich habe auch dann irgendwann erst realisiert, das ist ja gar keine eigene Firma, die gehört ja irgendwie zum anderen Magazin dazu. Ich glaube, Aktionär oder so ähnlich. Und die haben ja auch ganz viele andere Firmen, also das ist gar kein eigener Aktienkanal, YouTube-Kanal, aber egal. Ich hoffe, die nehmen es mir nicht übel, dass ich halt hauptsächlich nur den Börsenpunk schaue, ab und zu auch mal was anderes. Aber der macht halt irgendwie eine Show alle zwei, drei Wochen und in dieser Show ist so immens kompensiert, auf kompensierte Art und Weise, also so viel Wissen, geballtes Wissen innerhalb dieser paar Minuten, wo diese Show läuft. Das sind ja teilweise nur 20 oder 10 Minuten oder sowas und also dazu vielleicht irgendwann nochmal mehr, aber das sind halt, sagen wir mal, absolute Mehrwertshows. Ja, und dann hast du halt andere Aktienkanäle, wo halt sozusagen die halt, sagen wir mal, ja, jedes, jeden Tag halt zwei Videos raushauen und eben mehr auf diese Clickbait-Geschichte gehen. Und einfach auch den Hals nicht vollkriegen mit ihren Abonnenten, ja, also die haben dann schon 150.000, wollen halt dann nochmal mehr und so weiter. Auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr große Unterschiede. Und was hat das Ganze jetzt mit dieser Korrektur und so weiter zu tun, ja klar, denn die nutzen, jetzt ist es schon wieder so fucking heiß hier, das ist jetzt aber wahnsinnig. Hält ja keine Sau aus. Auf jeden Fall, ja, wenn jetzt zum Beispiel, und ich möchte es mal anhand, natürlich wird es immer wieder Korrekturen geben, das ist ja Teil des Gals. Und ich möchte es jetzt mal anhand dieser Tesla-Aktie hier verdeutlichen, was ich überhaupt mit diesem Video sagen will. Ich habe ja euch schon beim letzten Mal zum Thema Tesla-Aktie und ich habe ja auch davor schon einige Tesla-Aktien-Videos und Short-Squeeze-Videos und alles Mögliche zum Thema Tesla schon vor ein, zwei Jahren immer gemacht. Weil ich natürlich auch mit der Tesla-Aktie, sagen wir mal so mittelfristige Trades immer gerne gemacht habe, besonders als es sich so mal, man sieht es hier ganz deutlich, im Jahr 2018. Also man sieht es hier eben nicht, weil natürlich das alles nur noch ein Strich ist durch diesen Anstieg. Aber in dieser ganzen Phase hier 2018, 2017, 2018, 2019, da ist eben die Tesla-Aktie damals immer dazwischen, sagen wir mal 160 Dollar und 400 Dollar immer so hin und her geschwankt, letztendlich. In Abständen von wenigen Wochen oder Monaten, so eine Art Range. Dann hat man immer eben, habe ich ja immer ganz gerne unten halt gekauft und dann oben wieder verkauft. Und da ist halt dann so, dass das letztendlich auch während dieses Prozesses, wenn wir jetzt sagen wir mal auf 160 gekauft hat, das damals bis hin zu 400, das ja nicht steil nach 400 gegangen ist, sondern es war auch so, dann ist es halt von 160 mal wieder auf 200 gegangen, 220, von 220 auf 300 damals halt, ja immer damals. Und dann von 300 wieder auf 250 oder was, und dann von 250 auf 360 oder so. Das heißt, während dieses Anstiegs von 160 auf 400, wo letztendlich dann sozusagen das Verkaufslimit war oder sowas in der Richtung, und deswegen bin ich ja auch häufiger ausgestoppt worden, als ich dann sozusagen gesagt habe, okay, ich sehe jetzt meine Stopps ab, meine Gewinne ab und so weiter. Das Dilemma habe ich euch letztes Mal schon erklärt. Und also keiner weiß die Zukunft, ja, hätte ich gewusst, dass die Tesla auf 2000 Euro geht, dann hätte ich natürlich da gar nicht gemacht, hätte ich einfach nur gehalten. Aber, ja, also das ist halt sozusagen, aber nur um das zu mal raus, du hast in jeder, in jeder Anstiegsphase einer Aktie, hast du immer Rücksetzer. Und desto volatiler, desto höher die Chancen, desto höher sind diese, 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 diese Rücksetzer, ja. Ja, und ich meine, ich, zum Beispiel Bitcoin ist das aller, allerbeste Beispiel dafür, ja. Also, du hast halt, also ich glaube, es war letztes, letzte Woche irgendwann, da habe ich zum Beispiel für 2000 Euro eine Kauforder reingesetzt bei Bitcoin, als sie, also sozusagen diese Rücksetzer hatten. Und dann hat es diese Kauforder gezogen, ja, also Bitcoin ist irgendwie um 15 oder 20 Prozent runter und dann hat es diese Kauforder gezogen und war noch am, dann war ich noch am gleichen Tag wieder 10 Prozent im Plus. Also das, das ist halt sozusagen das Extrembeispiel von dem, was ich hier erzählen möchte. Und wenn du jetzt mal dein Portfolio anschaust, das ist alles rot und du bist noch nicht so lange dabei und das ist eben auch ein Video für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Und es gibt dann eben ganz, ganz viele, die noch nicht so lange dabei sind. Also ich sehe das auch immer in meinen Kommentaren, von, von, also mal bei der Gaspom-Aktie, wie ich die Videos gemacht habe, da waren einige Kommentare dabei von Leuten, die halt einfach erst vor kurzem sich für das ganze Thema Aktien interessieren. Und die haben halt die Erfahrung noch nicht, dass sie sagen, naja, jetzt kommt die Korrektur, das muss ich verkaufen oder sowas. Und das, hier gilt halt einfach eine Regel, die ich dir halt dann mitgeben möchte, wenn du halt da noch nicht so lange dabei bist. Weil ich es ganz genau weiß, dass das, das kommen wird, dieser Gedanke. Wenn ich jetzt schon letzte Woche, Ende letzter Woche, dann wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, wenn die Korrektur noch ein bisschen heftiger wird oder werden sollte, dass du dir die gesagt hast, oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich das verkaufen, muss meine Gewinne absichern, darf ich nicht hergeben und so weiter. Das ist eine Frage, die du da ganz klar, klipplicher, beantworten solltest. Wenn ich eine Aktie gekauft habe und die ist jetzt 100% im Plus und jetzt geht dir plötzlich meine Buchgewinne, das sind 100%, und die geht jetzt in der Korrekturphase, sagen wir mal, ganz heftig wieder runter bis auf 20 oder 10% von meinem Buchgewinnen. Ja, und ich das nicht aushalte, warum habe ich dann die Aktie überhaupt gekauft? Ja, also das ist nämlich eine Prüfung deiner ursprünglichen Entscheidung, die Aktie überhaupt gekauft zu haben. Wenn du natürlich einfach nur eine Aktie gekauft hast, und da trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen, wenn du nämlich nur eine Aktie gekauft hast, rein zum Zocken, du kennst dich mit der Aktie gar nicht aus, du weißt gar nicht, was die Firma macht, oder du hast eigentlich überhaupt keinen Grund, außer, dass sie steigt, aktuell, heftig, und hast nur deswegen die Aktie gekauft, ja, dann wirst du nämlich in diese Pedulie kommen, an dir zu zweifeln, an deiner Entscheidung, und wirst höchstwahrscheinlich zum genau falschen Zeitpunkt die Aktie verkaufen, und in 2-3 Monaten steht sie dann 300% höher, ja, und das ist eben sozusagen meine Empfehlung an dich, eben keine Aktie zu kaufen, nur aus, zum Rumzocken, es sei denn es sind Mini-Beträge, aber lass einfach am besten komplett die Finger davon, weil das auch was mit deinem Kopf macht. Sobald du anfängst, auch mit Kleinstbeträgen rumzuzocken, ja, wirst du in deinem Kopf gewisse Dinge werden da stattfinden, die eben sozusagen dann theoretisch irgendwann mal immer größer werden, also sprich, zur Spielsucht führen, ja, ob das jetzt in der Börse ist, oder du gehst da in irgendein anderes Casino und machst da irgendwelche Deadball-Dinger, ja, ist völlig egal, aber die Mechanismen, die Hormone, die da ausgeschüttet werden und so weiter, die Glücks-Dinger, ja, die Neuronen oder was da im Gehirn alles ist, ja, die eben zur Spielsucht führen, fangen immer ganz, ganz klein an, und das gilt auch für die Börse, also lass für diese Zockerei da einfach die Finger weg und ich finde es halt einfach, ja, wenn man eben die zwei Welten investieren, Vermögensaufbau mit Zockerei, wenn man die zu sehr vermischt, finde ich es einfach unverantwortlich, ja, und die Versuchung ist mega groß, aber in Korrekturphasen stellt sich halt immer wieder heraus, ob du jetzt hier nur rumgezockt hast oder Zockentscheidungen gefällt hast oder fundierte Vermögensaufbauentscheidungen und das ist sozusagen für jeden selbst der Prüfstein davon, also meine Empfehlung, halte dich lieber auf der Vermögensaufbau- und Seite und wenn du Lust auf Risiko hast, dann habe ich eine ganz andere Empfehlung für dich, mach dich einfach selbstständig, wenn du es nicht eh schon bist, weil da kannst du Risiko machen, wie du willst, ja, also auf der Business-Seite und da ist auch Risiko von Nöten und gefordert, ja, ohne Risiko wirst du, wenn du dich selbst nicht machst, ohne gewisse Risiken wirst du nicht erfolgreich werden, ja, und, aber dann, wenn es um die Vermögensaufbau-Seite geht, eben, sagen wir mal, an der Börse zum Beispiel, wozu unentwicke Risiken eingehen, ja, unüberschaubare Risiken, wieso diese Zockerdinger mitmachen, ja, GameStop, ja, dann habe ich halt irgendwie einen sehr soliden Aktienkanal, ja, zum Beispiel, den ich auch gerne immer wieder anschaue mit sehr soliden und fundierten Wissensvideos und dann sehe ich da plötzlich ein Video, naja, ich habe letzte Woche GameStop gezockt und das ist auch noch in die Hose gegangen. Ja, klar kriegst du, kriegst du dafür viele Klicks, bravo, ja, aber ich finde es halt unverantwortlich, ja, weil halt viele sich da mit reinziehen lassen, besonders bei Aktienkanälen, die halt normalerweise sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr solide sind. Und du hast dort lauter solide Zuschauer und die dann plötzlich sozusagen, naja, also, man sollte eben da ein bisschen aufpassen als sozusagen Nutzer, Anleger und besonders Neuling halt, wo du, sagen wir mal, irgendwie letztes Jahr irgendwie erst angefangen hast mit deiner ersten Aktie und, also nach dem Lockdown und so weiter und noch nie so wirklich eine Korrekturphase mitgemacht hast oder sowas. Also, das soll es gewesen sein, mein Statement zu dem ganzen Thema, was jetzt ansteht, Korrekturphase. Wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du, dass die automatisch immer kommen, meistens immer ein, zwei, mindestens jedes Jahr. Aber manchmal sind sie immer etwas heftiger, manchmal etwas weniger heftig. Also, Daumen hoch, ja, happy hunting da draußen und halt die Ohren steif. Tschüss. Tschüss.